Wir könnten ein Haus in Südfrankreich verkaufen. Wir können aber auch hinfahren in unser Haus. Da haben wir doch gar keine Zeit. Was wollt ihr denn für das Haus haben? Ich verkaufe nur Objekte, die ich auch gesehen... Was ist denn? Ich spreng die ganze Zeit schon. Was machst du hier? Wie schön. Das Tolle an deinem Stimmverlust ist, wir können gar nicht streiten. Du hast mir zu. Weißt du nicht oder kannst du nicht? Ich finde, wir fahren morgen wieder zurück. Was willst du denn hier? Ihr zwei, ihr müsst mal wieder ein bisschen Spaß haben zusammen. Und das bei Barbara, das wird eine richtige Ü50-Party. Auf die Liebe. Auf die Freundschaft. Was macht ihr denn da mit meiner Frau? Na, flirten. Wir sind hier in Frankreich. Ja, aber... Stehst du auf den? Ich würde den auch nehmen. Aber er pflückt sich junges Gemüse wie deine Tochter. Das ist doch klar. Wir können ja einpacken mit unseren Hängetitten. Das ist toll. Ich habe überall Zellen. Ich finde Frank toll. Der ist unkompliziert. Sagt, was er denkt. Macht, was er will. Keine ständige Subtextsuche wie bei uns in der Familie. Also unser Leben, bist du eigentlich glücklich damit? Oder stellst du dir ein anderes Leben vor? Salut, Jean-Pierre. Auf die sexlosen Fünfziger. Du wolltest doch mal mit mir schlafen. Ja, also früher wollte ich auch. Vielleicht. Ich will jetzt.